Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich erfülle heute wieder einmal einen Wunsch aus der Community. Ich mache eine Fundamentalanalyse von Roper Technologies. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem zur Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte, ich bin aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Am Anfang der Analyse schauen wir wie immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Roper Technologies eigentlich? Roper Technologies ist ein US-amerikanisches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer 883563. Das Unternehmen beschäftigt knapp 17.000 Mitarbeiter und das Geschäftsjahr entspricht auch dem Kalenderjahr. Und Roper Technologies ist weltweit tätig. Roper Technologies bietet Unternehmenslösungen als Software-as-a-Service für eine Vielzahl von verschiedenen Nischenmärkten. Das Unternehmen gliedert sich in drei verschiedene Segmente. In den Bereich Application, Network Services und Technology-Embedded Products. Die Softwarelösungen von Roper Technologies umfassen Management, Campus und Diagnose genauso wie visuelle Effekte und 3D-Inhalte. Außerdem zum Beispiel das Management von Laborinformationen, Unternehmen und Informationen generell, den Transportsektor sowie Finanz- und Compliance. Neben der Software bietet das Unternehmen auch tatsächliche Produkte an. So zum Beispiel Zubehör für den Ultraschallbereich sowie Zapfsäulen und Dosierpumpen, drahtlose Sensornetzwerke und Sensornetzwerklösungen, automatisierte chirurgische Scheuer- und Wäscheausgabegeräte sowie Wasserzähler, aber auch optische und elektromagnetische Messsysteme, RFID-Kartenleser und diverse medizinische Geräte. Die Stärke der Roper Technologies lässt sich darin zusammenfassen, sie bedient eine große Vielzahl völlig unterschiedlicher Nischenmärkte. Und das Produktportfolio erweitert die Roper Technologies unter anderem durch Übernahmen. So hat sie im Jahr 2019 ca. 400 Millionen britische Pfund für die Foundry auf den Tisch gelegt. In 2022 waren es dann schon 3,8 Milliarden US-Dollar für die Frontline. Und in 2023 1,4 Milliarden US-Dollar für die Sintelis Performance Solutions. Jetzt in 2024 steht die Broker-Software auf dem Zettel sowie 1,9 Milliarden US-Dollar für die Warwork Pinkus. Beim Blick auf den Wettbewerb finden wir die Roper Technologies nach Marktkapitalisierung auf Rang Nummer 8. Hinter der Workday und vor der Sol-Systems. Nach den Umsätzen finden wir das Unternehmen auf Rang Nummer 7. Diesmal hinter der Sol-Systems, aber vor Synopsis. Ca. ein Viertel der Anteilsscheine befinden sich in festen Händen. Und für uns Kleine steht somit eine große Spielwiese von rund drei Vierteln der Anteilsscheine zur Verfügung. Und damit geht's rein ins volle Leben, schauen wir uns mal die Unternehmenszahlen an. Wie immer beginnen wir mit den Umsätzen, denn das Geld muss ja zuerst mal reinkommen ins Unternehmen. Wie immer bereite ich die Zahlen der letzten zehn Jahre grafisch auf, mit dem Ziel, dass man vielleicht Tendenzen erkennen kann. Erwartungswert bei den Umsätzen sind jährliche Steigerungen. In der Grafik sehen wir es, prinzipiell schafft Roper das schon im Zeitraum zwischen 2018 und 2020, aber jedenfalls nicht. Am Ende des Tages erreichte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 6,2 Milliarden US-Dollar. Der Berichtszeitraum von Roper entspricht ja dem Kalenderjahr. Deswegen ist das Geschäftsjahr des Ende 2023 auch schon ein kleines bisschen her. Um hier etwas aktueller zu sein, schauen wir auf die TTMD Trailing 12 Month. Das ist ein künstliches Geschäftsjahr, das sich rollierend aus den jeweils letzten vier veröffentlichten Quartalsergebnissen zusammensetzt. Qualitativ ist das zwar nicht ganz so gut wie ein komplettes Geschäftsjahr, aber es ist immer noch das, was dem am nächsten kommt. Und auf TTM-Basis sehen wir Umsätze in Höhe von 6,4 Milliarden US-Dollar. Der Aufwärtstrend scheint sich also weiter fortzusetzen, für Anleger eine feine Sache. Wenn wir uns jetzt einen Eindruck vom Erfolg der operativen Kerntätigkeit verschaffen möchten, dann gehen wir am besten über den Gross Profit hin zur Gross Profit Margin. Und auf TTM-Basis kann die Roper Technologies eine Gross Profit Margin von 70% aufweisen. Ausrufezeichen. Und zumindest mittel- und langfristig stimmt der Trend generell sowieso eine richtig tolle Zahl. Alle Unternehmen, insbesondere die Größeren, schlagen sich mit dem Overhead rum. Deswegen schauen wir jetzt auf die SG&A Ratio, die Verwaltungskostenquote. Hier sehen wir aktuell 31,3%. Der Wert ist schon gar nicht so niedrig, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja hier im Software-Bereich unterwegs. Und was ist das Hauptproduktionsmittel im Software-Bereich? Ganz klar, Brainpower. Das sind Mitarbeiter. Und das ist ganz klar der Overhead. Generell ist es der Roper Technologies aber langfristig gelungen, den Overhead mehr oder weniger konstant zu halten. Und seit 2021 geht es wieder ein bisschen abwärts. Also Haken dran, das passt. Das sind ja alles schöne theoretische Werte. Die Wahrheit liegt auf dem Platz und bei den Unternehmen unterm Strich. Deswegen schauen wir jetzt auf Net Income bzw. den Nachsteuergewinn. Und unterm Strich bleibt einiges übrig, nämlich auf TTM-Basis 1,48 Milliarden US-Dollar. Naturgemäß gibt es beim Gewinn immer wieder mal Schwankungen. Und wenn wir die beiden erfreulichen Peaks im Geschäftsjahr 2019 und 2022 außen vor lassen, dann stimmt der Aufwärtstrend natürlich. Gefällt mir das. Aber Profitabilität misst man sowieso am besten relativ. Deswegen teilen wir jetzt Gewinn durch Umsatz. Damit landen wir bei Return on Sales bzw. der Netto-Umsatzrendite. Und aktuell verbleiben 23,2% des Umsatzes als Gewinn ein richtiger Topwert. Dann setzen wir doch mal die Anlegerbrille auf und messen die Eigenkapitalrendite, auf Englisch Return on Equity. Die liegt aktuell bei 8,3% und damit sind wir leider nicht mehr zweistellig. Dann schauen wir jetzt als nächstes auf die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, des sogenannten ROCKE. Auf TTM-Basis sehen wir hier 6,7% in den Büchern. Wichtiger als die blanke Zahl ist allerdings die Tendenz und ich sag mal, naja, lang- und mittelfristig geht's da eher abwärts. Und abwärts ist in dem Fall nicht ganz so erfreulich. Apropos erfreulich, für Anleger zählt natürlich nur der Erfolg. Der Anlageerfolg ist aber langfristig schwierig ohne Risikomanagement. Und nachdem die größten Risiken für Unternehmen finanzieller Natur sind, öffnen wir jetzt die Bilanz und schauen auf Eigenkapital und Fremdkapital. Und aktuell finden wir in der Bilanz der Europa Technologies ein Eigenkapital von 17,8 Milliarden US-Dollar und ein Fremdkapital von 12,2 Milliarden US-Dollar. Also deutlich mehr Eigenkapital als Fremdkapital, das ist an sich schon mal eine feine Sache. Und das erklärt natürlich bis zu einem gewissen Grad die in Anführungszeichen geringe Eigenkapitalrendite. Denn hier befindet sich ja das Eigenkapital im Nenner und je mehr Eigenkapital, desto kleiner die Rendite. Aber auch, desto kleiner das Risiko. Apropos Risiko, nachdem das Eigenkapital deutlich größer ist als das Fremdkapital, dürfte die Eigenkapitalquote deutlich größer 50% liegen. Bezüglich des Risikos ist das aber nicht das Ende der Fahnenstange. Deswegen schauen wir jetzt auf die beiden wichtigen, aber sehr oft vernachlässigten Bilanzpositionen, Other Intangibles und Goodwill. Wer sich jetzt fragt, was ist denn das, der war noch nie auf meinem Kanal. Herzlich willkommen und das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Also, Other Intangibles sind immaterielle Wirtschaftsgüter, also Patente, Rechte und Lizenzen. Und da schnackelt es gleich, denn die Roper Technologies ist ja ein Softwareunternehmen und natürlich hat die Patente Rechte und Lizenzen. Und wo soll da das Problem liegen? Ja, in der Bewertung, aber die Bewertung ist doch ganz einfach, denn wenn ich eine Lizenz einräume, bekomme ich dafür eine Vergütung. Das ist also der Ertragswert. Und wer sich jetzt ein bisschen mit Finanzen auskennt, der sagt, Moment, Erträge, die gehören doch gar nicht in die Bilanz, sondern in die Gewinn- und Verlustrechnung. Und das ist richtig. Und deswegen durfte man früher Other Intangibles überhaupt nicht in Bilanz und Eigenkapital aufnehmen. Diese restriktive Vorgehensweise ist ziemlich gut für den Anlegerschutz, aber heute darf man das. Bei der zweiten Position ist die Situation ganz anders. Das ist nämlich der Goodwill. Der Goodwill entsteht immer dann, wenn man andere Unternehmen übernimmt und für die Assets in der Bilanz mehr bezahlt, als ihr Wert in der Bilanz ausgewiesen wurde. Er ist also praktisch der gezahlte Aufpreis bei Unternehmensübernahmen. Also der Höhe nach ist das ziemlich klar. Die Frage ist nur, warum soll denn der Goodwill ein Vermögenswert sein? Denn in die Bilanz kommen ja nur Vermögenswerte rein. Deswegen hat man früher ganz einfach gesagt, der Goodwill hat in der Bilanz nichts verloren. Aber für die moderne Dienstleistungsindustrie, wie zum Beispiel Softwarebranche, zu der auch die Roper Technologies gehört, ist das bilanziell hartes Brot. Und dann hat man rum argumentiert und hat gesagt, ja, wenn man zu viel zahlt, das macht man ja nicht da Spaß an der Freude, sondern das ist ja der Unternehmenswert. Ich will da gar nicht lange rumreden. Other Intangibles und Goodwill dürfen nach herrschender Meinung in die Bilanz aufgenommen werden. Aber eines ist auch klar. Immer wenn das Unternehmen so richtig dreckig ging auf einmal, dann hatte das was zu tun mit Abschreibungen im Bereich Other Intangibles und Goodwill. Als Anleger sollte man deswegen hier ein Auge drauf werfen. Ich mache das auch und aus Vorsichtsgesichtspunkten nehme ich einfach Other Intangibles und Goodwill aus Bilanz und Eigenkapital raus. Und dann landen wir beim Substanzwert, den wir hier links oben sehen. Und auf einmal hört der ganze Spaß auf, denn auf TTM-Basis haben wir einen negativen Substanzwert und zwar in Höhe von minus 9,3 Milliarden US-Dollar. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, hätten wir hier eine Bilanz nach gutem alten HGB, strenges Niederswertprinzip, dann wäre das genau der Wert, der als Eigenkapital drinstehen würde. So und ganz egal, ob ihr jetzt dieser anlegerfreundlichen Mindermeinung oder der herrschende Meinung folgt, wir schauen mal, wie sich das auswirkt. Rechts daneben sehen wir nämlich, dass die Roper Technologies eine Eigenkapitalquote von rund 60% aufweisen kann. Das ist ein toller Wert, es steht mindestens eine 5 vorne Haken dran, passt. Aber wo ist die Substanzwertquote? Die haben wir nicht, denn der Substanzwert ist ja negativ. Und das passt gar nicht und für konservative Anleger ist das ein No-Go. Damit haben wir das erste finanzielle Risiko bereits identifiziert. Jetzt schauen wir mal auf die Liquidität mit der Current Ratio. Richtig wohl fühlt man sich als Anleger erst bei Werten von 1,5 aufwärts. Aber 1,0 sollte es schon mindestens sein. Bei der Roper Technologies sehen wir hier auf TTM-Basis einen Wert von 0,5. Ich würde mal sagen, die segeln schon ziemlich hart am Wind. Für konservative und risikoerverse Anleger ist da Schluss mit lustig. Das ist ein No-Go. Dann schauen wir als nächstes mal auf die Zukunftsfähigkeit mit der Investment Rate. Hier geht es um die Frage, ob das Unternehmen ausreichend in die Zukunft investiert. Der Erwartungswert liegt bei einer positiven Investment Rate von maximal 25% des Gewinns. Aktuell sehen wir hier 5%, da können wir einen Haken dran machen, das passt. Und damit gehen wir weiter zur wahrscheinlich wichtigsten Einzelkennzahl überhaupt, nämlich dem Free Cash Flow. Warum ist das so? Der Free Cash Flow ist ein Instrument der Innenfinanzierung. Er stellt also dem Unternehmen Zahlungsströme zur Verfügung und reduziert damit den externen Kreditbedarf. Außerdem ist er die Basis für die Bedienung der Dividende, wenn denn eine gezahlt wird. Und nachdem er durch dickes Anführungszeichen Bilanzkosmetik des Unternehmens nur ganz schwer beeinflusst werden kann, zeigt er uns, was Sache ist. Er ist also seine Art Wahrheitsbarometer. Und auf TTM-Basis sehen wir einen Free Cash Flow bei der Europa Technologies in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar. Der Free Cash Flow steigt und aktuell ist er auf dem höchsten Wert in der 10-Jahres-Betrachtung und beides gefällt mir. Und schließlich, wenn ein Unternehmen sich auch über Fremdkapital finanziert, dann sollte es in der Lage sein, den Kapitaldienst zu leisten. Deswegen schauen wir jetzt mal auf die Interest Coverage, die Zinstragfähigkeit. Auf TTM-Basis sehen wir hier ein zweistelliges Multiple 10,1. Da brauchen wir uns definitiv keine Sorgen zu machen. Dann schauen wir uns an dieser Stelle die Preis-Wert-Relation des Unternehmens an. Aktuell müssen wir an der Börse für die Aktie der Europa Technologies 538 US-Dollar und 80 Cent bezahlen. In der Grafik sehen wir den 10-Jahres-Chart und in diesem Zeitraum hätte das einen durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn von 14,3% bedeutet. Verkürzen wir jetzt den Betrachtungszeitraum auf ein Jahr, dann hätten wir einen Kursgewinn von 17,8%. Ist die Aktie nach diesen Preissteigerungen immer noch günstig bewertet oder bereits teuer? Schauen wir mal auf die Multiples bzw. Multiplikatoren und wir beginnen mit dem KCV, dem Verhältnis zwischen den Börsenkursen und den Free Cash Flows. Auf TTM-Basis sehen wir hier ein KCV von 28,5. Und wenn wir den Bewertungsausreißer aus dem Geschäftsjahr 2022 mal außen vor lassen, dann sind wir hier deutlich im oberen Bereich unterwegs. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBTA kommt jetzt die Verschuldung mit ins Spiel. Hier sehen wir aktuell ein Multiple von 27,0. Und auch hier sind wir in der 10-Jahres-Betrachtung eher im oberen Bereich unterwegs, aber immer noch etwas unter dem Branchenbenchmark von 28,5. Viele Anleger interessieren sich für die Entwicklung des Buchwertes pro Anteilschein BPS. Dabei sind jährliche Steigerungen gern gesehen am liebsten mit Steigerungsraten von mindestens 10%. Jährliche Steigerungen schafft die Roper Technologies spielend, mit den 10% klappt es nicht immer. Aktuell haben wir hier einen Buchwert pro Anteilschein in Höhe von 166 US-Dollar und 26 Cent. Also insgesamt eine erfreuliche Entwicklung. Und wir sind ja hier in der Bewertungssektion unterwegs, deswegen schauen wir jetzt auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Aktuell müssen wir bei der Roper Technologies für einen US-Dollar Buchwert 3 US-Dollar und 24 Cent an der Börse bezahlen. Das ist wieder etwas rückläufig, aber bei weitem immer noch nicht günstig. Und nachdem die Roper Technologies einen negativen Substanzwert hat, gibt es kein Kurs-Substanzwert-Verhältnis. Sowohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis als auch das Kurs-Substanzwert-Verhältnis wären eher etwas für Aktien vom Schlag eines Graham'schen Zigarrenstummel. Davon ist die Roper Technologies weit entfernt. Und beide Kennzahlen helfen uns somit bei unserer Anlageentscheidung nicht wirklich weiter. Deutlich interessanter ist hier noch die Entwicklung der Gewinne pro Anteilschein EPS. Auch hier wünschen wir uns jährliche Steigerungen im Optimalfall mit Raten von mehr als 10%. Bis auf ein paar Ausreißer schaut es eigentlich generell ganz gut aus und wir landen bei Gewinnen pro Anteilschein in Höhe von 13,78 US-Dollar auf TTM-Basis. Nachdem sich viele Anleger auch für die Ausschüttungen interessieren, schauen wir jetzt auf die Entwicklung der Dividende pro Anteilschein DPS. Auf TTM-Basis zahlt die Roper Technologies 2 US-Dollar und 87 Cent aus. Und in der Grafik sehen wir, dass in den letzten 10 Jahren die Ausschüttungen pro Anteilschein Jahr für Jahr gesteigert wurden. Soweit die gute Nachricht. Aufgrund des hohen Börsenkurses haben wir aber aktuell eine Dividendenrendite von nur 0,5%. Bei der Payout Ratio geht es um die Frage, wie groß denn der Anteil des Free Cash Flows ist, der für die Bedienung der Dividende verwendet werden muss. Roper Technologies hat eine Payout Ratio von nur 15%, sodass man relativ beruhigt in die Zukunft blicken kann bezüglich zukünftiger Ausschüttungen. Dann schauen wir uns an dieser Stelle mal die Bewertung des Unternehmens an. 61% der Analysten empfehlen die Roper Technologies zum Kauf und 39% der Analysten wollen erstmal abwarten. Verkaufen will das Papier keiner der Analysten. Und so liegen die Kursziele der Analysten zwischen 480 und 690 US-Dollar pro Anteilschein. Die Rating-Agentur Standard & Poor's bewertet die Kreditwürdigkeit des Unternehmens mit BBB+. Damit befindet sich Roper Technologies locker im wichtigen Investment-Grade-Bereich. Bei der Cash Conversion Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free Cash Flows zu verwandeln, geht einem das Herz auf mit einem sehr guten Multiple von 1,4. Bei der Free Cash Flow Rate geht es um die Fähigkeit des Unternehmens aus Umsätzen Free Cash Flows zu erzeugen. Mit 31,9% auf TTM-Basis hat die Roper Technologies hier ein sehr gutes Ergebnis. Als nächstes schauen wir jetzt auf die Margin of Safety, die sogenannte Sicherheitsmarge. Die zwei richtig schwerwiegenden Punkte sind die wirklich zu geringe Current Ratio und der negative Substanzwert. Auf die ziemlich kleine Dividendenrendite kommt es dann im Ergebnis nicht mehr an. So landen wir insgesamt mit 45% bei einer sehr hohen Sicherheitsmarge. Für die Abschätzung des inneren Wertes benutze ich jetzt ein Discounted Cash Flow-Verfahren. Die Dauergäste auf meinem Kanal kennen das schon in einer besonderen Ausprägung. Ich benutze nämlich eine vierzügige Szenario-Rechnung und wenn euch hier die Vorgehensweise genauer interessiert, dafür habe ich ein sehr ausführliches Video gemacht. In dem Video könnt ihr auch einen Excel-Rechner nachbauen, um solche Analysen selbst durchführen zu können. Das Video habe ich euch verlinkt. In der Grafik sehen wir links den aktuellen Kurswert der Roper Technologies und rechts daneben die Abschätzung des inneren Wertes über die vierzügige Szenario-Rechnung. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Im Vergleich zur Abschätzung der inneren Werte ist der Börsenkurs ganz schön davon galoppiert. Beim Discounted Cash Flow-Verfahren gibt es ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit den Abschätzungen, denn das Verfahren ist stark zukunftsorientiert. Wer es deutlich handfester, aber dafür komplett vergangenheitsorientiert möchte, der schaut auf die 3-5-10-Analyse. Dabei simulieren wir einfach, dass wir die Aktie nach einer Haltedauer von 3, 5 oder 10 Jahren wieder verkauft hätten und natürlich berücksichtigen wir potenzielle Dividendenzahlungen. In diesen Szenarien hätte man bei einer Geldanlage in die Roper Technologies zwischen 3,6% und 13,5% an jährlichen Ertrag erzielen können. Und dann benutzen wir noch ein sehr modernes Instrumentarium zur Unternehmensbewertung, nämlich den Economic Value Edit, kurz EVA. Dabei vergleichen wir die Rendite auf das investierte Kapital mit den Kapitalkosten. Die Roper Technologies ist leider nicht in der Lage, ihre Kapitalkosten zu erwirtschaften. Und so sehen wir einen negativen Economic Value Edit von minus 3,39%. Und für unsere finale Anlageentscheidung benutzen wir jetzt wie immer die SWOT-Analyse. Das Unternehmen hat steigende Umsätze und Top-Margen. Die Margen nehmen sogar zusätzlich noch zu. Damit haben wir ein skalierendes Unternehmen. Vieles läuft wirklich gut. Das Unternehmen hat eine Top-Eigenkapitalquote, gute Free Cash Flows und eine sehr gute Entwicklung beim Buchwert pro Anteilschein und bei den Gewinnen pro Anteilschein. Es bezahlt eine Dividende und hat eine sehr moderate Payout Ratio. Das Unternehmen hat ein Kreditrating im Investment Grade Bereich und mit Cash Conversion Rate und Free Cash Flow Rate kann die Roper Technologies punkten. Aber gerade die konservativeren Anleger dürfte die Roper Technologies mit ihrem negativen Substanzwert und ihrer Current Ratio von ca. 0,5 Ausrufezeichen verschrecken. Dabei ist das Unternehmen durchaus interessant. Es ist zwar in vielen Bereichen ein Nischenanbieter, aber eben auch in sehr vielen dieser Nischen ein Marktführer. Das bedeutet extrem wenig Konkurrenz und treue Kunden. Das alles schlägt sich in der Geschäftsentwicklung nieder. Und wichtig ist auf dem Platz, die langfristige Performance gibt einem Recht, die 315-Analyse lügt nicht. Gibt es neben unseren Standardrisiken, Inflation, Rezession, Supply Chain und das Zinsumfeld noch weitere? Jawohl, die gibt es. International tätige Unternehmenssoftware-Anbieter haben immer Themen mit Cybersecurity, Datenschutz und der Regulatorik. Und als international tätiger Spezialunternehmenssoftware-Anbieter kommen die Themen Foreign Corruption Practices Act, FCPA und UK Bribery Act auch auf den Teller. Dazu kommt das wirklich heikle Thema Exportkontrolle. Und fast schon nachrangig Währungsrisiken. Legen wir jetzt alles aufeinander und klappern mal die Eignung für verschiedene Anlagetypen durch. Erster Anlegertyp Momentumsanleger. Hier geht es vor allen Dingen um die beiden Themen Umsatzwachstum und Kurssteigerungen aus der 315-Analyse. Für diesen Anlegertyp ist die Roper Technologies ein ganz klares Ja. Growth Investoren interessieren sich zusätzlich noch für das EPS-Wachstum und auch hier ein ganz klares Ja. Bei den Quality Investoren geht es um den Economic Value Added und um die Free Cash Flow Rate. Hier trifft eine sehr gute Free Cash Flow Rate auf einen negativen Economic Value Added. Für eine Kaufsempfehlung reicht das nicht. Und damit sind auch die Value Investoren draußen, denn zusätzlich dazu bräuchten die noch eine niedrige Bewertung und damit kann die Roper Technologies auch nicht wirklich aufwarten. Bei Dividendeninvestoren geht es um die Themen Dividendenwachstum, Dividendenrendite und Payout Ratio. Aber ich sag mal, wer sich mit einer Dividendenrendite von 0,5% zufrieden gibt, der ist meines Erachtens kein richtiger Dividendeninvestor. Also für Dividendeninvestoren würde ich sagen, ist die Roper Technologies nicht das Richtige. Trotzdem gibt es einige Anlegertypen, in deren Portfolio die Roper Technologies richtig gut reinpasst. Darum kann man hier guten Gewissens ein Ja aussprechen. Wie steht ihr zur Roper Technologies? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Und an dieser Stelle meine Bitte an dich um Unterstützung meines Kanals. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonnierst du gleich den Kanal, dann versäumst du nichts. Ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.